Mein Name ist Christian Egli von der Firma Egliona und auch dieses Jahr realisieren wir wieder ein gemeinnütziges Projekt anstelle eines Kundengeschenks. Dieses Jahr bauen wir für das Kinderheim Grünau in Wederschwil einen neuen Begegnungsplatz, wo Sie gemeinsam eine Stunde verbringen können. Vor Ort hat uns Rico Ersam zuerst über die Geschichte des Kinderheims informiert und nachher natürlich die Bedürfnisse erläutert. Wir freuen uns auf das Projekt und bleiben dran!